Vier Winterbau-Hacks in Minecraft! Noch haben wir die kalte Jahreszeit und deshalb starten wir mit einer Schneekugel. Den Boden bauen wir aus Holz, bedenken ihn mit Schnee und für die Wände verwenden wir weißes Glas für den gefrorenen Look. Rein kommt jetzt noch etwas Deko und natürlich ein Schneemann. Kahlgeschoren! Als nächstes zeige ich euch einen Mini-Iglu, in dem man sich verstecken kann. Wir bauen dazu einen großen Klops aus Schnee und fügen zwei Falltüren hinzu. Tada! Der dritte Bau-Hack ist ein Pinguin, den wir aus schwarzem Beton und Sandstein bauen. Wir nehmen Knöpfer als Augen und schwarze Banner als Flügel und jetzt kommt noch ein selbst erstelltes Banner für den Bauch dazu. Sieht super süß aus! Als nächstes zeige ich euch einen eingefrorenen Spieler. Wir brauchen dazu Kolben und Redstone und schieben den Eisblock auf den Spieler. Sieht kalt aus da drin. Welcher Bau-Hack hat euch am besten gefallen? Schreibt es in die Kommentare!